Scheitert. Und Oskar Golatovski kann den Ball nicht fangen von seinem Bruder. Die gestrohen sich den Ball wieder und Hans Wadisch kann sich erneut auszeichnen. Mit etwas Glück kann Oskar dann auch seinen ersten Treffer in diesem Spiel machen. 4 zu 9. Johann Sanninski mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. 5 zu 9. Schrittfehler entschieden von den Schiedsrichtern. 4 zu 10. 2. 4. 3. Berik Mohr kommt ohne Schwung aus dem Stand. Und scheitert dann am Torhüter. 5. Schön gespielt in der Wurfversuch an die Latte von Jonas Helms. Hans Wadusch kann sich erneut auszeichnen, da haben wir aber ein schlechter Pass und erneut ein Lattentreffer in diesem Spiel. Diesmal von Lukas Severing. Und Hans Wadusch kann sich erneut auszeichnen gegen Güljan Lohse. Auszeit angezeigt und Auszeit genommen durch die SG Wanskolezen. Und Hans Wadusch kann sich erneut auszeichnen. Musik 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 Oh, die Auszeit ist beendet. Oder ein wenig achjustiert. Und auch gewechselt auf Bandskurseite. Auch wenn man nur einen Wechselspieler hat, man wechselt da fleißig durch. Und Nitzke spürt den Ball raus. Auf Robin Buske. Und der traut sich nicht zu werfen. Ein technischer Fehler. Es geht sofort schnell weiter. Und der Treffer für die SG. Die Bandskurse zählen durch. Mathis Schumann. Sein Zweiter in diesem Spiel. 6 zu 9. Der schnelle Ball nach vorne. Aber Lukas Thuwe deutlich schneller als sein Gegenspieler. Das Spiel von viel Kampf und viel Ungenauigkeiten geprägt. Lukas Thuwe ist da ein Element der Sicherheit auf Gestroher Seite. Sein sechster Treffer in diesem Spiel bereit. 6 zu 10. Und wieder ein schwacher Pass. Unter Treffer für Gestro durch Julian Lohse. 6 zu 12. Leichter Ballverlust. Erneut bei den Gastgebern. Und Hans Wahlisch kann sich im Tor auszeichnen. Aber er sagt, Leute, kommt her, wen soll ich hier anspielen? Und jetzt traut er sich auch zu werfen. Geht am Tor vorbei. Aber es gibt trotzdem das Lob vom Trainer, dass er den Weg gesucht hat. Und auch den Abschluss gesucht hat. Aber man kann natürlich auch keine Tore werfen, wenn man sich aufs Tor wirft. Neun Fehlpass. Ungola Towski mit seinem vierten Treffer in diesem Spiel. 6 zu 12. Das hat sehr gut gesehen von Thuwe. Spielt den Ball auf. Yannick Lutti, der völlig frei an der langen Seite stand. Da ist nicht genug Zug zum Tor da. Auch wenn der Wurf noch kommt. Von Erik Mohr. Da muss er mit viel, viel mehr Dampf kommen. Und der Klemens Kulatowski erneut erfolgreich. Sein fünfter Treffer in diesem Spiel. 6 zu 13. Aliges Rohr stehen jetzt viel besser bei ihren Männern. Die Bahndeckung funktioniert da viel besser. Und Golatowski mit dem Treffer Nummer 6. 6 zu 14. Schwacher Ball. Und wieder völlig frei da die komplette Abwehr geschlafen. Die Abstimmung nicht gestürmt. Theo Rams mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel. 14 zu 6. Gulatowski erobert sich erneut den Ball. Bekommt ihn wieder und die Chance zu seinem siebten Treffer. Wechselfehler angezeigt. Zanetsky scheitert erneut am Teut. Und wieder. Und wieder. Wurde auf Kostrauer. Der wird schon gut durchgewechselt. Und jetzt die Chance für Wansko Lezen. Mit etwas Glück zum Treffer. Matthias Schumann mit Treffer Nummer 3. 7 zu 14. Und Lukas Duvel mit seinem siebten Treffer zum 7 zu 15. Und Zanetsky mit seinem dritten Treffer. Ganz gut, dass er auf die Älter nicht gehört hat. Die sagten. Und denn er wirft oben. Trifft zum 8 zu 16. Und Hans Walisch kann sich erneut auszeichnen. Ja, er sagt, wo soll ich hinspielen. Steht so ein bisschen alleine da. Jetzt gibt es Freiburg für die SG. So, wir haben drei Sekunden in der ersten Halbzeit. Und Zanetsky mit der Möglichkeit. Erik Mohr, Pfosten. Aber auch da nimmt er einfach nicht den Schritt. Nimmt er nicht den Schwung auf. Um Gefälliger aufs Tor zu werfen. Hans Walisch kann sich erneut auszeichnen. Zanetsky. Und da ist die erste Halbzeit zu Ende. Es gibt Hans-Kolizien 2 gegen die Güstrower. HV 8 zu 16. So, auf geht's. Zweite Halbzeit. Der SG-Banzkolizien 2 gegen den Güstrower HV. Wir gehen gleich mit einem Tor von Lukas Duwe. Zählt allerdings nicht da übertreten. Sie können sich dann auf einem Tuch-Banzkolizien 3 gegen die Güströck und die Güströck gibt. Und hier, wenn die Güströckchen durch. Das ist die Güströckchen. Das ist die Güströckchen, die Güströckchen, die Güströckchen schlappen zu. Vielen Dank.